Hey und herzlich willkommen bei Husky Zemen leicht gemacht. Heute gibt es ein Paket von Pets Deli, das Unboxing dazu und zwar vom frischen Menü Komplit. Paket Rind und Huhn für Hunde. Und wir gucken mal rein, was da drin ist. Okay, dass diese große Tüte hier drin ist. Ok, das erste was hier drin ist, ist das hier. Und zwar ist das Komplit Rind. Ein frisches Menü mit Kartoffel, Karotte und Apfel. Das ist fix und fertig barf. Also dieses Menü von Pets Deli ist jetzt perfekt zum Barfen geeignet. Kein Dosenfutter. Pets Deli hat ja auch gutes Dosenfutter im Programm. Und hier gibt es jetzt barf. Muss man natürlich dann sofort in den Kühlschrank machen, wenn man es bekommen hat. Das ist 75% frisches Rind komplett mit Gemüse, Obst, Öl, Kräutern und Mineralstoffen. Das ist ideal vorportioniert und einzeln entnehmbar. Außerdem wichtig für Allergiker ist es ohne Getreide und es ist auch ohne Gluten, Aroma, Farb, Konservierungs- und Füllstoffe. Wichtig zu wissen ist noch, wie viel das ist. 750 Gramm, also je nachdem was euer Hund am Tag ist, wäre das dann eine Mahlzeit oder auch zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten aufgeteilt. Oder auch mehrere natürlich bei kleineren Hunden. Dann gibt es das selbe Kompli-Huhn, also auch vom Huhn. Fix und fertig war, 75% frisches Huhn. Das ist mit Kürbis, Zucchini und roter Johannisbeere. So ist das auch 750 Gramm mehr. Vorsicht, Jori, Vorsicht. So, die beiden warten wir. Dann, was ist noch drin? Dann gibt es noch mal was von Rindtrip. Und zwar, ich glaube das ist dasselbe noch einmal, oder? Mit Kartoffel, Karotte und Apfel. Und hier haben wir frisches Huhn mit Kürbis, Zucchini und roter Johannisbeere. Also das ist von jedem hier zweimal 750 Gramm drin, sowohl vom Brindt als auch vom Huhn. Und ich mache das jetzt nämlich extra nicht raus, dass ich das nachher auch gleich in den Kühlschrank machen kann. Kann man auch perfekt natürlich einfrieren, also tiefkühl dann lagern. Wenn man nicht alles sofort verbraucht oder genau weiß, es dauert noch ein bisschen, dass es nicht schlecht wird. So, ich habe von PetsDeli auch einen Rabattcode für euch, wo ihr 10 Euro auf eure erste Bestellung sparen könnt. Schaut gerne mal unten in die Beschreibung oder auch in den Kommentaren, da schreibe ich euch das auch hin. Ich versuche das euch zeitnah da auch hinzuschreiben, ansonsten steht es aber immer in der Infobox mit drin, die hier unter dem Video steht. Und dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Das war ein eher kleines Unboxing, aber bald kommt sicher wieder ein größeres. Oder von einer Überraschungsbox. Rory, gehst du zur Seite? Und dann würde ich mich auch sehr freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann! 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 Bis dann!